So, hallo meine Lieben, es ist wieder soweit. Ich mache jetzt hier den kurzen Trailer, weil YouTube irgendwie nicht richtig auf die Reihe kriegt, wie das mit diesen Benachrichtigungen scheinbar funktioniert. Einer kriegt keine, der nächste kriegt sie in drei Tagen. Ja, es ist soweit. Das große Deck für die nächste Woche steht an und es ist diesmal wirklich spannend geworden. Ich kann nur schon auf so viel verraten. Es geht ganz und gar darum, sich von Dingen zu lösen, sich von Dingen zu trennen, beim Männlein genauso wie beim Weiblein, um wieder irgendwo in eine Leichtigkeit zu kommen, eine Transformation herzustellen ins Positive, ins Glück. Da haben wir sehr, sehr schöne Hinweise hier im großen Deck bekommen für die nächste Woche. Energien, die du nutzen sollst, die du nutzen darfst. Und da würde ich sagen, ja, wenn du noch nicht dabei bist, ja, dann komm gerne dazu. Ich freue mich natürlich. Jeden Sonntag gibt es natürlich das Deck für die große Woche hier. Diese Woche, ja, also wirklich sehr, sehr eindeutig, dass es für den Mann genauso wie für die Frau sehr, sehr wichtig ist, sich von Menschen, Dingen oder Situationen zu lösen. Na, also meine Lieben, wenn du dabei sein willst, ich freue mich sehr, viel Spaß dabei und ja, bleib sauber, bleib gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Servus!